Moin Leute, willkommen zum ersten Video auf meinem Kanal, und zwar heute früh eine Runde Fortnite, Rettet die Welt. Und zwar versuche ich heute, so einen Typen zu scammen, der mich letztens einfach um eine scheiß Müllkanone gescamt hat. Und zwar jetzt neuer dieses Spiel, äh, Rettet die Welt seit. Müllkanone ist eigentlich schon eine ganz starke Waffe, meiner Meinung nach, weil die halt ein bisschen selten ist. Die war zwar nur Blitzlevel, was ist denn, Blitzlevel 58, aber, Digga, die ist echt eigentlich ganz geil gewesen. Ich trade so mit ihm, das war so, das war ganz normal. Er wollte mir dafür, äh, 20 Malachid geben, dann wollte mir ein paar Robuste noch geben, auch noch, noch Rettung, wollte mir noch ein paar Robuste dafür geben. Ich hab dann so, ja, ist okay. Ich geb ein Müllkanone. Er droppt eigentlich von jedem nur einen. Die ist halt so abgefuckt, ne? Die Müllkanone war eigentlich so geil. Ich wollte ein bisschen mehr Tegel zu haben, da war ich noch nicht brutal. Da war ich noch nicht so hoch, und deswegen ging er. Es war schon echt scheiße. Aber, die Stoffe haben wir dann noch ein bisschen was gebracht. War zu nur eins, aber, ja, hab ich jetzt ein bisschen mehr von. Ich hoffe, ich kann ja gleich erstmal zurückscannen. Wir sehen uns dann bis gleich. Yo, Leute, ich hab dir jetzt gefunden. Und zwar einmal hier ihn, oder noch sein Freund. Ich weiß noch nicht, wo der erste Wanders. Die Frau kann ja auch mal kurz hier reinkommen. Die beiden waren auf jeden Fall. Und, zack, kann es losgehen. Okay. Okay, also, was würd ihr haben? Wollt ihr vielleicht traden? Hallo? Hallo? Hi. Hallo? Okay. Würd ihr vielleicht was traden? Irgendwas Gutes? Habt ihr vielleicht irgendeine gute Waffe, oder so? Ähm, ja, ich würd ne Hydra traden, die dich gerade in der Hand hab. Und ich würd die, die, die ist frisch, würd die auch die Hydra? Ja, Digga, an so ner Hydra wär ich interessiert. An so ner Hydra. Okay. Ähm, die ist 106er Blitz. Ja. Und, ähm, voll. Mit, äh, Energieelement. Voll mit Energieelement. Ja. Okay, nice, Digga. Mit Energie. Okay, Digga, würdest du, für was würdest du die traden? Was soll ich dir dafür für ne Waffe geben? Hm, was hast du? Also, ich hab Pumpkin Launcher, also Kürbiswerfer. Ich würd, glaub ich, dir Materialien dafür geben. Ähm, ich würd dir dafür, ich würd dir sagen, 200 Kupfererz und 200 Silbererz. 200 Kupfer und 200 Silbererz? Ja, warte. Ob wir so ner Hydra? Ich weiß nicht, du brauchst ja noch nicht. Ihr seid ja erst grad mal der Level 4 und 14. Ich würd sagen, euch gebe ich da 200 Kupfer. Ich glaub, dass für euch schon mal ganz gut. Weißt du, das ist immer die Hydra? Ich bin halt, äh, ich bin halt, äh, so low, weil ich halt ewig nicht mehr gespielt hab, musst du wissen. Ich hab, ich hab damals, äh, als ich, äh, also als ich, ähm, angefangen hab, da wollte ich eigentlich erst fair traden, äh, und hab dann angefangen zu scannen. Ja. Und, äh, aber jetzt, glaub mir, glaub mir, jetzt, äh, bin ich auch wieder normal als ich trade jetzt fair. Äh, äh, ich lege meine Hydra hier hin, ne? Okay. Und. Sicher, das ist richtig, ähm. Ja, ist jetzt die 106er voll. Ja, ist, ist. Sicher? Stimmt. 106er voll. Kannst du, äh, kannst du, äh, dingsdrucken? 106er Blitz. Okay. Okay, dann mal jetzt Tor rein, wartet kurz. Äh, äh, kannst du Baulichter haben? Wer, bald, äh, okay, warte ich. Ich? Ja, warte, du gehörst. Oh, boah, räuchte. Okay, ihr habt jetzt beide. Oh. Okay. Okay, ich mach jetzt den Tor rein. Ähm. Ja? Ja, baust du auf oder ich? Ich mach, ich mach, okay. Und. Eins, zwei, ach, Digga, das haben wir wieder gescammt. Ja, Digga, hast du noch 160er? Solche. Die geben mir nur 50er Hydra. So ne Scheiße, ne? Voll die Huses. Ja, Jungs, das war's mit dem Part. Ich hoffe, ihr hat's gefallen. Sag, das ist richtig, das gerne, ne? Das regt mich auch schon wieder richtig auf. Haut rein. Bye. Bye.